Zotero ist ein Programm zum Sammeln und Verwalten von Literatur. Es ermöglicht das Verlinken von Literatur sowie das Zitieren dieser in verschiedenen Programmen. Um das Programm Zotero herunterzuladen, muss dieses auf der offiziellen Zotero-Seite heruntergeladen werden. Der Browser-Connector aktiviert sich von selber. Sollte dies nicht der Fall sein, muss dies in den Einstellungen des Browsers manuell getan werden. Nach der Installation des Programms sollte in Word automatisch ein Menüpunkt mit dem Namen Zotero auftauchen. Sollte dies nicht der Fall sein, muss manuell das Word Add-In nachinstalliert werden. Dies ist in den Zotero-Einstellungen unter Zitieren und Textverarbeitungsprogramm zu finden. Die Startseite im Programm Zotero ist aufgeteilt in drei Bereiche. Erstens die persönliche Bibliothek. Hier ist die gesamte eingetragene Literaturliste zu finden. Ebenso gibt es die Möglichkeit, Sammlungen zu erstellen, um die Einträge zu ordnen. Zweitens, der nächste Bereich ist die Übersicht der verschiedenen Einträge. Hier können noch neue Einträge über das grüne Plus oder den Zauberstab hinzugefügt werden. Hierfür gibt es unterschiedliche Optionen, basierend auf der Art der Literatur. Durch den Browser-Connector kann Literatur auch automatisch aus dem Internet hinzugefügt werden. Hierfür muss man auf den Zotero-Button neben der Suchleiste klicken. Es erscheint ein Bestätigungsfeld und die Quelle ist somit in der Bibliothek gespeichert. Öfters müssen automatisch hinzugefügte Quellen aus dem Internet nachbearbeitet werden, bezüglich Autor, Erscheinungsjahr etc. Im dritten Bereich ist das Bearbeiten der einzelnen Literatureinträge möglich. Es können zusätzliche Informationen, Zusammenfassungen und auch Verknüpfungen mit anderen Einträgen gemacht werden. Ebenso ist es möglich, die Feldbeschreibung zu verändern. Im Beispiel steht hier Autor. Für korrekte Quellenangaben müssen vor allem HerausgeberInnen als solche gekennzeichnet werden. Mit dem Plus-Button können weitere beteiligte Personen hinzugefügt werden. Zotero bietet die Möglichkeit, direkt aus dem Programm Kurzverweise und Literaturverzeichnisse in diverse Dokumente einzufügen. Das Programm bietet verschiedene Zitierstile. Es können auch zusätzliche Stile hinzugefügt werden. Ein Kurzverweis kann mithilfe des Add-Citatation-Button in Word hinzugefügt werden. Hier erscheint ein rotes Suchfeld, wo die gewünschte Quelle gesucht werden kann. Der Kurzverweis kann in dieser Suchleiste auch adaptiert werden, wie zum Beispiel Seitenangabe oder Vergleiche. Der Kurzverweis wird mit der Bestätigung durch Enter automatisch eingefügt. Ein Literaturverzeichnis kann mithilfe des Add-Bibliography-Button eingefügt werden. In diesem Literaturverzeichnis sind alle Quellen zu finden, welche zuvor im Dokument mithilfe von Kurzverweisen eingefügt worden sind. Mit dem Refush-Button können alle mit Zotero eingefügten Textstellen aktualisiert werden. Diese Funktion benötigt man zum Beispiel, wenn man Daten in der Zotero-Bibliothek korrigiert hat und die Änderungen in Word nachziehen möchte. Zum Schluss. Zum Schluss. Zum Schluss. Zum Schluss. Untertitelung des ZDF, 2020